Ein Knackpunkt bei den Spiralen sind sicherlich die hohen einmaligen Kosten. Die fallen an, obwohl ihr nicht sicher sein könnt, dass ihr mit der Spirale klarkommt. Der Preis setzt sich zusammen aus der Spirale selbst und der Einlage. Für die Ultraschalluntersuchung alle sechs Monate kommen nochmal ca. 40 Euro hinzu. Wenn ihr knapp bei Kasse seid, hier ein guter Tipp. Manche Kommunen stellen Hilfsgelder für Verhütungsmittel zur Verfügung. Fragt am besten in der Pro Familia Beratungsstelle in eurer Nähe nach.